viele von euch kennen ja das problem dass man keine credits hat und dementsprechend hat man einfach da immer ein problem und heute in dieser folge von let's play world of tanks will ich euch die iso 122 es einfach aus dem grund mal wieder zeigen ein premium td tier 7 der russen und ja was soll man großartig sagen 870 struktur die kanone macht 390 schaden 175 durchschlag und mit premium 217 kommt ganz klassisch in tier 9 gefechte also kein verbessertes matchmaking mit was fahr ich das gute stück ich fahre es mit dem richtantrieb also schnellere zielerfassung dem lüfter und dem ansetzer um die nachhaltigkeit etwas zu reduzieren ansonsten klassisch ap apcr als premium und he 2 granaten noch mal so dazu in dem fall bei dem panzer gab es damals eine 100 prozent crew mit waffen brüder das heißt das haben sie schon jetzt wird erst mal tarnung geskillt ein bisschen was geländespezialist und auch noch mal die ruhige hand aber tarnung ist erst mal das wichtigste deswegen schauen wir doch mal einfach was da passiert und facebook war gerade bei mir bis gleich los geht's ja da sind wir also jetzt hier auch ins gefecht gekommen polargebiet ist die karte und wir sind hier laut hier neuner achter siebener gefecht viele sind ja am hadern was ist der bessere panzer die iso 122s oder die su 122 44 ich persönlich ich weiß nicht warum aber ich komme mit der iso ein tick besser zurecht der dpm beziehungsweise die nachladezeit ist besser alles andere ist eigentlich von der su besser aber trotzdem irgendwie wer man wird halt mit manchen panzern war mit manchen einfach nicht so und so geht es mir hier halt also wie gesagt kann euch das nicht so ganz genau sagen und auch zu denen was ich da eingebaut und eingesetzt habe natürlich kann man auch ein paar netz noch mitnehmen ganz klar also das ist auch so ein punkt tarnnetz auf jeden fall sinnvoll so jetzt hoffe ich mal dass mein team hier so ein bisschen gute aufklärarbeit leistet haben wir vor dass der t9 60 durchkommt ich würde natürlich den gegner hier gern schön bisschen in die seite halten aber keiner der hier aufdeckt deswegen warten wir erst mal schauen so ein bisschen wo sich der gegner verteilt wo er auf bleibt wo was passiert wo ist denn denn unglaublicher schuss der ist einfach schon sehr 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 schwierig dass der funktioniert schade dass jetzt hier keiner kommt wird es mir ein bisschen leichter machen auf jeden fall nach vorne fahren brauche ich nicht weil wenn ich jetzt hier nach vorne fahren würde da würde ich ganz stark beschossen werden und zwar von rechts ja auch die so komme ich nicht drauf artig nicht mal den 1 hp kriegt sie weg so ich lasse den mal da gerne weg fahren weil ich bleibe hier ich will hier auch diese möglichkeit den gegnern nicht geben dass er hier rumkommt außerdem als laut hier muss man auch nicht immer das gefecht machen und reißen ja beliebter ort hier aber jetzt nicht unbedingt von beiden lights um naja dachte ich zumindest ja das haben wir schon mal den ersten auf den cdc beschließen wir noch mal blind hin egal wer da hat auf jeden fall noch mal jemand gut getroffen und wie gesagt auch wenn ich jetzt hier rüber fahren würde dann hätte ich genau das gleiche problem ja der hat gut gesessen weil er die macht schon schaden die iso wenn sie trifft jetzt sieht es hier so aus als ob es hier frei ist also fangen wir jetzt auch mal darüber das war so das war sehr dumm von mir gebe ich zu da hatte ich eigentlich erwartet dass ich da ein bisschen besser kommen aber dass er da so springt und dementsprechend so lange in der luft ist und ich mir dabei auch noch ein richtschützen raushaue tut mir leid fast um ihn sorry lieber richtschütze da der 110er jetzt da amx 30 auch bisschen zu niedrig ja so nicht noch mal ein ein bisschen daneben der amx geht jetzt für die artis habe ich jetzt irgendwie gerade gar nichts auf dem schirm gehabt um zu sein aber gut mein team macht es jetzt fahren wir mal dem amx nach ist natürlich schon bei uns durch ganz klar vielleicht finde ich ja noch mal ein abhang wo ich mich unterstützen kann aber wenn der gegner schon kaum schaden macht dann macht man es halt selbst die frage wohin orientiert sich der amx fährt so ein bisschen runter der wird wahrscheinlich jetzt nach wie vor die artis suchen dementsprechend versuche ich ihm jetzt hier mal ein bisschen den weg abzuschneiden durch die base ist auf jeden fall mal nicht durchgefahren lustiger weise da ist er ich habe gerade den baum fliegen sehen so da ist er er ist der art die verschießt auch mensch kommt noch ein stück zurück ich komme einfach noch nicht drauf das muss wehtun bester spruch er war jetzt mache ich dich tot ja und der letzte schuss gehört mir und ja ihr habt ihr die iso gerade viel fahren sehen aber doch vernünftigen schaden austeilen können erster klasse was es gab praktisch 1012 xp das heißt von xp bin ich auf platz 1 2400 schaden für ein 7er kann man das sagen kann man es lassen zweitbester und habe dabei 58.426 rausbekommen also doch eine ganze ordentliche runde damit bedanke ich mich fürs zuschauen ich wünsche euch alles gute bis zum nächsten mal euer al karamba